So, liebe Bayern, ist es ein Traum oder ist es Wirklichkeit? Ich bin noch fix und fertig. Ich warte immer drauf, dass der Wecker klingelt und ich wache auf und zwar... Das ist der Wahnsinn. Ich glaube, das ist eine historische Saison, die wir erleben. Und ja, vollkommen fertig. Hier bei unserem Siegerbankett, nach diesem grandiosen 3-0-Sieg beim FC Barcelona. Ich kann euch ja mal einen Blankoscheck ausstellen. Hier. Und zwar Scheck in der Form. Sehr Dank, Shaqiri. Viele Mädels, viele Fans. Oh, Scheck! Das ist hier. Genau. Bruno Kovacevic ist der Mann, der auch immer dann unsere Spieler irgendwo, sicher irgendwo hinbringt, im Gespräch mit Scheck. Moment. Du hast die Vorbereitung unten. Scheck, ganz kurz, hier für uns, der FC BTV. Da ist er, Sherdan Shaqiri. Nein, da ist er. Da ist das nicht. Da ist er auch betreulich, oder was? Das ist zu genug gegen Barcelona. Scheck, als wir uns das erste Mal begegnet sind im Trentino im Trainingslager, da habe ich dich gefragt, weißt du noch, was erwartest du von meiner ersten Saison beim FC Bayern? Du hast gesagt, ich versuche meine Chance zu wahren oder zu nutzen. Ist das wahr? Kannst du uns das auch in den Kopf? Ja, es ist schon etwas Besonderes dieses Jahr, was wir leisten, das ist schon, ich habe bemerkenswert, auch ich selber, das ist wirklich wunderbar, wie wir arbeiten dieses Jahr, auch selber, aber wir sind auch weiterentwickelt. Und, ja, danke, alle Leute hier. Hast dich weiterentwickelt, du sauer und so, wie er es hier herrscht will. Check, komm. Du auch, du auch, oder? Jetzt wird es gefeiert. Ja, okay. Tschüss. Ja, ja. Ja, genießt es einfach, liebe Bayern. Es sind historische Tage, Momente und ich weiß nicht, ob sich sowas wiederholen kann, aber wir nehmen es jetzt einfach mal mit. Servus. 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 Servus.